Diese riesige Rauchwolke haben heute Morgen viele auch noch aus einigen Kilometern Entfernung am Himmel gesehen. Sie ist bei einem Großbrand in Waiblingen entstanden. Dort ist gegen 9.30 Uhr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Anfänglich war sogar von Explosionsgeräuschen die Rede. Es waren halt einfach Verpuffungen von Spraydosen oder sowas, die hier noch mit drin waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei großräumig dazu aufgerufen, Fenstern und Türen zu schließen. Eine durchgeführte Luftmessung bringt dann aber schnell Entwarnung. Aus der Sicht des Fachberaters Chemie keine gefährliche Konzentration. Und auch sonst gab es bei dem Brand glücklicherweise keine Verletzten. Die Halle allerdings ist komplett zerstört.